hi leute heute sind wir wieder im taunus unterwegs und zwar im schmitten unterhalb vom feldberg wollte mir mal wieder die drohnen fliegen lassen hier und mal sehen was dann hier so geht ja freut euch auf das video und zwar naturpur teil 2 also leute viel spaß mit dem video aus schmidt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020